Also immer wieder kommt so als Transfer, das übt man nicht als Transfer, ich habe ein f von x und dann, wie schaut 1 doch f von x aus? Ne, dieses Ding hier hat die Nullstelle bei x gleich minus 1 und die Lücke, also d gleich r ohne die 2. Und das verdreht sich. Also jetzt hat das hier eine Nullstelle bei x gleich minus 2 und aus der Nullstelle wird die Lücke. Also d gleich r ohne minus 1 und sonst ist nicht so viel dabei. Aus 5 wird eben ein Fünftel und aus ein Drittel wird 3 durch dieses 1 durchmachen. Und dann muss man schauen, was die da von einem genau wollen, versuchen das zu beantworten.